Meine Damen und Herren, ich bin Andrea Rutishauser. Ich arbeite beim Global Animal Law GAL Verein. Warum arbeite ich für den Global Animal Law GAL Verein? Ich komme aus der Industrie, habe 30 Jahre dort gearbeitet und als ich das erste Mal von GAL hörte, war ich begeistert. Meines Wissens gibt es keine Vereinigung auf der Erde, die sich so in derselben Weise wie GAL für die Tiere einsetzt. Und zwar ist es das Bestreben von GAL, alle an einen Tisch zu bringen und mit allen Lösungen zu finden. Nicht nur mit den tierliebenden und tierliebhabern und tierschützenden Menschen, sondern auch mit allen Menschen, die die Tiere nutzen, in der Landwirtschaft, aber auch überall sonst. Und es ist meiner Meinung nach absolut wichtig und unerlässlich, mit allen Betroffenen und Beteiligten zu arbeiten, um zu einer guten Lösung zu kommen, die den Menschen, den Tieren und schlussendlich dem System Erde nützen.